Österreich, die schönste Alpenrepublik. Ende der Schweiz. Österreich hat die größten Sportler. Aber wenn wir nicht Europameister werden, werden wir Alpenweltmeister. Immer wieder Österreich! Pardon, Wintersportler. Didier Küsch ist in Führung und mit Waffen für einen Vorsprung. Österreich, dein Land, deine Liebe, dein Zuhause. Hallo, liebes Team vom SRF. Hier ist Peter L. Eppinger vom Hitradio Ö3. Wir haben uns das angehört und sagen euch mit aller Entschiedenheit, mit aller Klarheit, aber auch mit aller Deutlichkeit in eure Richtung. Ihr habt vollkommen recht. Wir haben es nicht anders verdient. Allerdings, wir können auch über uns selber lachen. Da wäre ich mir bei euch ja nicht so sicher. Aber was soll's? Wir haben dazu sogar ein geiles Lied gemacht. Einen echten Austropop-Klassiker zum Wahlkarten-Desaster. Pickt's mich doch besser zusammen. Das darf nicht wahr sein, ich schreckle Alarm. Pickt's mich, egal womit. Ich kann's nicht glauben, das gibt's einfach nicht. Aber ich glaub, da hilft kein Bitten. Vielleicht mit einer Hefklammer so richtig zwicken. Danke, ich glaub, das hält. Vielleicht wird jetzt ja doch gewählt. Österreich ist, wenn er trotz der Lache. SRF 3